Ich heiße euch, ich bin der Maximilian und das ist mein Werkzeug. Als Spengler mache ich Gebäude wetterfest. Dafür mache ich Blechteile in der Spenglerei für Torinnen, Kamine, Dächer, alles was man dazu braucht. Und wir machen auch ganze Fassadensysteme, ganze Blechdächer, Flachdächer und Wärmedämmungen. In meinen drei Lehrjahren lerne ich unterschiedliche Techniken Metall zu bearbeiten. Für jedes neue Projekt werden wir auf der Baustelle ausmessen und eine Zeichnung machen. Nach dieser schneiden wir dann die Blechteile in der Spengereihalle zu. Und danach biegen wir mit der Biegemaschine, dass sie passende Form haben. Konstruktionen aus mehreren Blechteilen verbinden wir durch Nitten, Schrauben, Falzen oder Lötten miteinander. Danach können wir es auf der Baustelle montieren. Und da lernen wir das Richtige verlegen und verkleben. Mir taugt auch mein Beruf, dass ich jeden Tag woanders bin, immer in der Natur draußen. Und dass man, wenn man in zehn Jahren noch vorbeifährt, tue ich immer noch von der Weidenschau meine Tachtel, das was ich gemacht habe. Und das gefällt mir sehr an meinem Beruf. Und super ist, dass wir in der Firma, im Tachbau so gut zusammenhalten und ein super Team haben. Wenn du auch gerne mit Blech arbeitest, schwindelfrei bist und Gebäude wind- und wetterfest machen willst, dann bist du bei uns im Tachbau genau richtig. Komm schnuppern, wir freuen uns auf dich.